Ja und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu WRC 7. Hier sehen wir schon den Ford, den wir eventuell auch pilotieren könnten. Wenn wir in die WRC dann kommen, dann kann es durchaus sein, dass wir so Karriere fortsetzen. Dass wir nur fortfahren oder was? Aber ich habe sicher auch in der WRC 2 hier den Ford gewünscht. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Sozusagen. Wenn es mir jetzt egal wäre, wenn ich bei einem Auto, wenn ich eins haben will, dann... Oh, der war ja tiefer gelegt, ist sowieso noch in die Höhe gegangen. 8,8, so. Ich habe nicht mehr Zeit für eine Viertelstunde leider. Aber ich werde es jetzt eh sehen, ob ich es... So, hier müssen wir draufpassen mit dem Gas geben, schnell zu schnell. So, konzentrieren wir uns wieder. Jetzt hier bei dem Spiel gibt es kein Blauren. Spitz links, lang, beengt sich, 4, 40. Sprung, vielleicht, über Kuppe, 30. Spitz links, beengt sich, 5, 50. Rechts 5, 100. Rechts 6, in Kuppe, 40. Links 4. Und rechts 6, 50. Achtung, Bremse. Rechts 3, kurz, in links 2, kurz. Und links 4, lang, beengt sich. Rechts 4, öffnet sich, über Kuppe, 50. Links 5, und 100. Rechts 5, Verengung, in links 6, beengt sich. Über Kuppe, rechts 4, kurz, nicht schneiden. In Spitz links, in Sprung, vielleicht. Über Kuppe, 50. Achtung, Vollbremsung, auf der Haarnadel links, nicht schneiden. Und rechts 5, lang, 60. Links 4, kurz, 30. Rechts 5, 50. Achtung, rechts 6, beengt sich, 3, 50. Links 6, über Kuppe, 30. Rechts 5, Achtung, beengt sich, 3, 30. Links 5, und rechts 5, über Kuppe, Achtung, beengt sich, 3. Achtung, viel zu schnell. Oder machst du einfach rutschig, alles genau zu Ende. Links 5, lang, über Kuppe, 50. Und rechts 5, innen halten, 60. Und rechts 5, innen halten, in links 3, öffnet sich, in Kuhle, 50. Links 4, lang, 30. Und rechts 4, beengt sich. Und rechts 4, öffnet sich, 70. Spitz links, innen halten. Und rechts 6, kurz, links 4, öffnet sich. Und rechts 4, 70. Achtung, Vollbremsung, in links abbiegen. Und spitz rechts, 50. Links 4, öffnet sich, sehr lang, 50. Rechts 5, 50. Links 4, innen halten, bremse. Und offene Haarnadel rechts, nicht schneiden, 30. Rechts 5, beengt sich, 4. Lang, innen halten, in links 4. Lang, innen halten, 50. Rechts 4, in links 4, kurz, in Achtung. Bremse, Haarnadel links, nicht schneiden. Rechte Schikanne und Knoten, in rechts 3, 200. Schön, auch die Volkswagen-Wirbung, obwohl sie gar nicht mehr dabei sind. Achtung, Ruhersprung und Knoten, 60. Gefahr, Vollbremsung, und links 3, links 3, öffnet sich. Uh, gerade noch ausgegangen. Bremse, rechts 4, beengt sich. Im Schnee ist auch geil fahren. 3, 30. Sprach er und drehte sich ein. Zum Glück keine Strafe. Achtung, Vollbremsung, links abbiegen, zu schneiden, 60. Links 5, beengt sich, 3, kurz, 50. Links 5, über Kuppe, rechts 4, beengt sich, 60. Und rechts 5, in Knoten, über Kuppe, 30. Rechts 4, in Knoten, 30. Rechts 4, öffnet sich, in links 3. In rechts 6, 50. Links 5, kurz, 30. Rechts 5, innen halten. Und links 4, in rechts 3, lang, beengt sich. In links 3, kurz, 40. Und geschafft! Ach, der Allrad ist so geil im Vergleich zu, wie jetzt der Junior. Jawohl. Abgesehen jetzt von den Zeiten, vielleicht war eine geile Etappe. Oh, ja und zumindest der eine Fehler hat uns hier den ersten Platz gekostet. Cool. Also cool im Sinne von, ja gerade nochmal gut gegangen. Insgesamt 6 Sendl sind da. Oh, das wird spannend. Pontus Tiedemann. 200, links 3, sehr lang, beengt sich, nicht schneiden. Mal ein besserer Start gehabt. Nein, ich bleib da hängen. Shit. Ich bin erst aufs Außen, Außen hingegangen geblieben. In rechts 2, nicht schneiden. Breiter, 30. Mittig halten. Boah. Abzweigung, in Unterbrücke, in Sprung, 30. Links 4, kurz. Und rechts 3, nicht schneiden. 70. Und links 6, beengt sich, 3, kurz, nicht schneiden. Und links 4, sehr lang, beengt sich. Oh, da sind wir angekommen, innen, leicht. Haben so ein bisschen die Spur gekostet, leider. In links 3, sehr lang, öffnet sich, und spitzrecht. So, ich glaube jetzt sind wir dann auf der Außenbahn hier, oder? Ja, halbe Runde, Hammer. Beengt sich, und öffnet sich, 30, Achtung, Bremse. Abzweigung, links abbiegen, Strohballen außen, 40, großer Sprung, über Brücke, 30. Ah, da geht's drüber. Rechts 3, nicht schneiden. Wow, mit Feuer, geil. Und spitz links, 30. Rechts 5, in links 5, 30. Links 3, nicht schneiden. Sehr lang, 200. Und geschafft. Plötzlich, nein, da ist er schon. Aber er ist außen. Ah, da ist doch der eine Fehler, glaube ich. Ah, verdammt. Nein, da sind wir genau hinter ihm. Verdammt. Verdammt. Spiel, super. Ich bin 6 Minuten verdient, Mann. Er ist aber vorhin mir ins Ziel gekommen. Nice. Nice, nice, nice. Danke, Spiel. Ja gut, okay. Die Zeiten dürfen wir jetzt nicht so 100%ig genau nehmen. Wir konzentrieren uns lieber aufs Fahren. Diese 6 Sekunden hat er uns geschenkt. Oder mehr sogar. 8, 7. Weil wir waren ja ungefähr so 1, 2 hinter ihm. Wenn das überhaupt der erste war, der da gefahren ist gegen uns. Naja, ich hab's ja selber gesehen, den Fehler. Schade. Schade, dass es diese Fehler gibt. 5, 7 und 8. Das nehmen wir noch mit, dann können wir das... Ah, Moment. Warte, Moment, bevor ich jetzt weiter... Äh, Warnung. Sie haben Ihr Auto noch nicht repariert. Möchten Sie den Wohnmobilbereich unrepariert verlassen? Nein, möchte ich nicht. Reparieren. Äh. Irgendwie gibt's nichts mehr reparieren. Kann das sein? Wieder ein Bug. Okay. Dann nicht. Gut, Freunde. Dann nehmen wir die Power Stage noch mit. Da wären gute Punkte wieder möglich für uns. Schauen wir mal, wie hier die Zeiten eingestellt sind. Und schwupp, da sind wir wieder oben. Ja, ausschüttet er cooler, wenn er unten ist, aber gut. Im Schnee müssen wir oben sein. Nicht wirklich Höhenunterschiede. Viel Spaß noch bei der letzten. Los geht's. Links 3, kurz. In rechts 4, verhängt sich 3, kurz. In links 4, 50. Rechts 5, lang, verhängt sich 3. In links 3, öffnet sich, 50. Rechts 5, verhängt sich 3. Kurz, in links 5, spitzlinks. Überkuppe, verhängt sich. Rechts 4. Und rechts 4, nicht schneiden. In links 4, überkuppe, 50. Und rechts 4, öffnet sich. Und links 5, 40. Gefahr, Platz, Vollbremsung. In links abbiegen. Und links 4, verhängt sich. Kurz, in Knoten, 200. Achtung! Bremse, spitz rechts. Und auf eine Haarnadel links, 30. Rechts 5, lang, verhängt sich. Odenwellen, 100. Achtung! Bremse, rechts 3, nicht schneiden. Behängt sich. In Kuppe, innen halten. Rechts 4, und links 4. Und links 2, nicht schneiden. Rechts 4, öffnet sich, 50. Bremse, rechts 5, verhängt sich. 2, kurz, in links 4. Lang, verhängt sich. 3, 60. Verzeihung. Rechts 5, verhängt sich. Lang, innen halten. In links 4, kurz, 30. Spitz links, 30. Links 5, und Kuppe. In rechts 5, verhängt sich 3. Wow, 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 das ist ein bisschen verzogen. In links 3, lang. Und Achtung! Bremse, rechts 4, lang, verhängt sich. Rechts abbiegen. Spitz rechts, links 5. Rechts 3, und links 3. In Spitz rechts, 50. Rechts 3, in links 4, öffnet sich. Und links 3, rechts 4, öffnet sich. Sehr lang, 30. Und Achtung! Rechts 3, kurz, in links 3, öffnet sich. In Knoten. Links 3, kurz, in Spitz rechts, verhängt sich 3. In links 3, kurz, und rechts 4. In links 5, lang, öffnet sich. Und rechts 5, verhängt sich. 150. Rechts 5, Bodenwellen, 60. Spitz links, in rechts 4, 70. Links 5, 100, und geschafft! Und mit 190 durchs Ziel hier. Ob man das noch bremsen bis nach hinten? Im Schnee, 10 Sekunden vor Pontus Diedemann wieder. Jetzt sind es 16. Und wir haben es gewonnen. Sehr schön. mit unserem RS. Ah, doch ein Schwede. Ja, wer ist ein... Wir sind in Schweden oder in Finland? Ein Schweden, oder? Ja, Rallye Schweden. Bei seinem Heim. Rennen. In seinem Skoda. Ja, Skoda hätten wir können auch fahren. Ein Polen, haben wir keine Punkte gemacht, oder was? Ah, das war das Erste. Da haben wir, das haben wir nicht mitgefahren. Das ist ja ganz komisch. Da fahren ja nicht alle überall. Okay, wir fahren doch nächstes Mal in Portugal, oder wie? Weil er ist schon jetzt hier in... Mexiko und in Argentinien auch gefahren. Und wir sind erst eins gefahren. Auch ganz lustig. Okay, ja, ist eh schon egal. Wenn wir die Zeiten ansehen. Gut, wunderbar. Schöner Bad wieder. Perfekt. Das haben wir geschafft. Jawohl. Alles gut. Perfekt. Ziel erreicht. Bei den Baums Podiumsplatz ist hochverdient. Eine passende Belohnung für das Talent des Fahrers. Bei den Baums hat die Rallye Schweden einen Rivalen gezeigt, wie es geht. Ja, jetzt lesen wir nicht alles durch. Okay, das war das Letzte. Geil. Gut, Freunde. Mit diesen schönen Bildern darf ich mich verabschieden. Und sagen, ja. Bis zur nächsten Rallye. Danke fürs Einschalten. Und ihr seid bestimmt das nächste Mal wieder dabei. Mit unserem Ford Fährster RS. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Du Salut.